Hier bin ich zum ersten Mal mit der Nelly vor ungefähr elf Jahren entlang gelaufen. Der ganze Eichelberg erstrahlt in einer Farbenpracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir gehen jetzt diesen Weg entlang. Der führt am Högerrand entlang nach Unterkombach. Da musst du gucken, Lupa. Ja, guck mal, die Lupa bellt nur. Die macht nichts. Und so ein Wetter im November. Das war sehr, sehr selten da bisher. Und die Pfälzerberge sind auch sehr gut zu sehen heute. So, weiter, komm, Lupa, hier hoch. Aha, ein Weidezaun. Hier war ich auch schon mit meiner Nelly. Lang, lang ist sehr. Eine Hütte. Und noch eine. Ja, und hier gehen wir wieder auf den Feldweg zurück. Und nochmal eine Hütte. So, da geht es dann weiter. Und hier oben der bunte Waldrand. Zu diesen Hütten gehen wir mal runter. Da war ich schon mit der Nelly damals. Ach Gott, da steht ja auch noch so eine Hütte. Was Uraltes. Und die steht genau am Rand eines großen Abgrunds. Ha! Die Hütten von damals stehen alle noch. Wenn auch mehr oder weniger verfallen. Diese hier auch. Wir gehen jetzt mal den Berg hoch da. Und am Waldrand entlang. So, jetzt sind wir auf diesem Weg hier oben. Und hier steht noch ein gut erhaltenes Klohäuschen. Noch eine Hütte mitten im Wald. Gleich nebendran noch eine Hütte mit Veranda. Hier. Lupa, komm. Wir gehen erst hier runter. Lupa. Lupa, komm. Da runter. Hopp. Abenteuerlich. Und da unten sieht man gleich das Industriegebiet von Unterkombach. Unglaublich. Da werden schon längst keine Feste mehr gefeiert. Man kann sich vorstellen, wie die Leute früher da gefeiert haben. Aber die meisten lassen alles verfallen. Weiter. Oh Mann, das ist ja lebensgefährlich. Jetzt muss ich mir das noch antun. In meinem Alter. Weiter. Boah. 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 Hier geht es zu Michaelsberg hoch. Aber das tue ich mir heute nicht mehr an. Boah. So, Lupa. Und da setzen wir uns jetzt ein bisschen hin und ruhen uns aus. Das ist die einzige noch intakte Hütte, die ich gesehen habe. Das ist mehr oder weniger nur ein Geräteschuppel. So, mal sehen, ob wir jetzt wieder auf unserem Feldweg kommen, da unten. So, wir sind wieder unten. Und jetzt geht es zurück. Lupa, komm. Zurück. Dahin zurück. Ein uralter Treppenaufgang. Hahn und rein, der f narrativicios ist, wer kann auch nicht mehr so sein. Das ist wieder an der anderen dimensivität Instead. Ein uralter Treppenaufgang. Dann und zurück. Dann fing auf ihre frog. Untertitelung des ZDF, 2020